Hallo, hier ist wieder der Christoph. Wir befinden uns jetzt hier im Moskau in einem Museum der Firma Energia. Die ist für die Öffentlichkeit gar nicht zugänglich. Das heißt, wir drei sind praktisch hier VIPs. Und wir befinden uns jetzt hier vor der Kapsel von Yuri Gagarin, der Chefkonstruktion, die Sergei Korolev. Den kann man ja auch auf Bildern sehen.